Hallo und willkommen zu einer ziemlich chaotischen Folge 137. Ich sage mal nur, unser Motto ist heute, es kann nur besser werden. Und damit begrüße ich neben mir auf der Couch Spritti. Hallo und begrüßt euch eben die wunderbare Apfelkern. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass ich ihre Stimme hören kann. Ja, ich habe Teamspeak aufgemacht. Er hat fröhlich von mir hin erzählt, Spritti hat nicht reagiert. Ich dachte, naja, gut, dann macht er sich wieder einen Scherz, wie immer. Aber nein, er hat mich wirklich nicht gehört. Und nachdem wir uns jetzt versucht haben, auf Skype zu erreichen, Skype unbedingt updaten wollte, wir uns dann via Hangout ihn aber nicht gehört haben, habe ich einmal, naja, ist schon ein bisschen peinlich, das zu sagen, von meinem Headset den Stecker vom Laptop abgezogen und wieder angesteckt. Und, oh Wunder, Spritti konnte mich hören. Ich glaube immer noch, er hat sich einen Spaß erlaubt. Das kann ich mir das nicht erklären. Ja, nee, aber ich habe mir überlegt, ich sollte so Späße in Zukunft lassen, weil ich habe das ja doch schon öfters mal gemacht. Und zum Beispiel auch Markus dann in Panik getrieben, warum er auch einfach nicht gehört werden kann. Wenn das dann wirklich passiert, ist es doch gar nicht so lustig. Ja, genau. Wie gesagt, am Anfang dachte ich eine Minute, ja, komm, Spritti. Naja. Es gab Feedback zur letzten Folge. Was? Ja, einmal von Frank Elstner, der mit Änderungen im Twitter-Handle auch nicht so klarkommt. Und da als Beispiel so einen ganz schlimmen Typen Namen Röverdotter, ich glaube Spritti Röverdotter anführt. Ah, der Olle. Der gleichzeitig Namen als auch Avatar gewechselt hat. Da kann ich nur zustimmen, genau. Sowas verurteile ich auch. Schlimm, schlimm, schlimm. Gleich entfolgen, gleich blocken. Und allen twittern sollen sie genauso machen. Ja. Aber ich habe ja meinen grundsätzlichen Namen beibehalten. Das ist ja dann nur kurz irritierend, aber dann weißt du ja zumindest noch, wer es war. Wenn dann alles gewechselt ist, das wirft mich ja dann komplett aus der Bar. Naja, ab einer gewissen Stufe der Verwirrtheit, die wir heute bestimmt schon erreicht haben, reicht das nicht mehr. Sowieso. Aber ich habe Twitter auch zu im Moment. Ja, und dann beschwert sich ein gewisser Connor, dass wir Filme doppelt besprechen. Und er ja schon in Folge 91 über Pain and Gain geredet hatte. Lieber Connor, du kennst unseren Podcast vielleicht nicht, aber sowas kommt bei uns öfters vor. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir doppelt über was gesprochen haben. Außerdem Redudanz ist wichtig. Tja. Ja. Aber macht nichts. Manche Leute sind halt hier neu und dann können sie auch ein bisschen verwirrt sein. Lass doch diesen Kona in Ruhe. Der hat es nur gut gemeint. Na gut. Na gut. Naja, und per Mail kam, glaube ich, auch noch irgendwas. Per Twitter war was. Von Kain... Von Kain. Irgendwie Kain... Was weiß ich? Kain Sinn... Jetzt hör auf. Kain Sinn 24. Na? Sag ich es doch. Jetzt musst du mal finden, was er geschrieben hat. Aber es war so grundsätzlich, ich höre euch voll gerne. Knorke Podcast. Schöne Grüße. Ich. So ungefähr. Was per Mail kam, finde ich jetzt irgendwie nicht mehr. Aber ich weiß nicht mehr, ob das zur letzten Folge war. Und... Ob überhaupt was kam. Ich bin gerade sehr irritiert. Keine Ahnung. Kein Sinn 42. Ach ja, danke für die vielen tollen Folgen. Ich höre euch wirklich gerne. Es wird nie langweilig. Ja, gern geschehen. Wir bemühen uns. Die ganze Verwirrung hilft schon wirklich dabei, dass es nicht mal uns hier langweilig wird. Okay. Wollen wir loslegen? Ich freue mich ja immer noch. Jedes Mal, wenn ich mitmachen kann. Wenn ich weiß, ich habe keine Zeit oder kann nicht mit aufnehmen, dann ärgere ich mich immer. Dann fehlt mir sowas in der Woche. In Zukunft werde ich mich mehr freuen, wenn ich weiß, dass ihr mich hört. Ja. Gut. Ich möchte diese Sendung mit einem Bibelszitat eröffnen. Und zwar aus dem Buch des Matthäus. Wie ist das nochmal in der Bibel? Da hier 21,18. Wie heißt das? Kapitel 21, Absatz 18? Nee. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Psalm? Ich war so ewig nicht mehr in der Kirche. Das sagen die das ja sonst immer. Wie auch immer. Ich lese vor. Die Verfluchung eines Feigenbaums. Als er am Morgen in die Stadt zurückkehrte, hatte er Hunger. Da sah er am Weg einen Feigenbaum und ging auf ihn zu, fand aber nur Blätter daran. Da sagte er zu ihm, in Ewigkeit soll keine Frucht mehr an dir wachsen. Und der Feigenbaum verdorrte auf der Stelle. Ja, das war der Bibelaufschnitt, wo Jesus einen Feigenbaum verfluchte. Oh, die Ökos sind jetzt einfach gegen Jesus. Der hat die Pflanze kaputt gemacht. Ja. Ich finde das so super. Bin ich letztens darüber gestolpert, dass Jesus den Feigenbaum verflucht hat. Wenn das nicht mal impulsiv war. Naja. War es denn impulsiv, dass Berlin gesagt hat, nö, Uber, hier nicht mehr? Zumindest haben sie eine Vorreiterrolle eingenommen. Aber andere Großstädte sollen wohl auch noch folgen. Ich habe das nur mit aufgenommen, weil wir vor einer Weile über Uber mal gesprochen haben. Die Älteren werden sich erinnern, das ist dieser Dienst, der quasi Privatleute vermittelt, die Taxidienst übernehmen. Und quasi in Konkurrenz tritt zu den normalen Taxiunternehmen. Das Ganze per Handy-App. Und in einer Berliner Behörde hat jetzt Uber eine Unterlassungserklärung zustellt und dass die ihren Dienst in Berlin nicht mehr anbieten dürfen. Tja, also ich bin dann schon mal raus als Uber-Tester. Müsst ihr machen. Oh, und Hamburg hatte schon im Juli das gemacht. Naja. Vorreiterrolle. Und für jeden Verstoß gibt es eine Geldstrafe von 25.000 Euro. Aber Uber sagt, nee, nee, und wollen dagegen vorgehen. Also die 25.000 Euro gehen an Uber oder gehen an den, der als Taxifahrer unterwegs ist? Nee, gehen an den. Tja. Das ist doch schlecht formuliert, Süddeutsche Zeitung. Für jeden Verstoß drohe eine Geldstrafe von 25.000 Euro. Aber da steht nicht, ob jetzt für Uber oder für den Fahrer. Aber ich denke mal im Zweifel für Uber, weil die das ja vermittelt haben. Hm. Tja, ganz schön hart. Ich weiß ja nicht, ob so Verbote der ideale Weg sind, damit umzugehen. Es kommt einfach der nächste Dienst, der heißt dann drunter und fährt dann auch kostenlos. Du weißt, was ich meine. Überraschenderweise fällt mir das jetzt mittlerweile, nachdem ich weiß, was das ist, auch in US-Szenen auf, wo öfter mal von Uber gesprochen wird. Hm. Also in True Blood sprechen sie noch nicht davon. Ja gut, in Boat Terran, da gibt es ja glaube ich nicht mal Taxis. Nee, da reitest du auf deinem Beowulf in die nächste Stadt. Ja. Ja, okay. Und wenn man dann so auf seinem Beowulf bei McDonald's vorbeireitet, kann man sich da auch bestimmt Spezialitäten zubereiten lassen. Hm. Zum Beispiel ein Hamburger mit Hakenkreuz. Oh, lecker. Ist das dann so ins Fleisch gekratzt oder wie macht man das? Ja, das ist ja die Sache. Das ist, die Meldung hat bei mir mehrere Fragen aufgeworfen. Und zwar war das eine Meldung in der FAZ. Ein Hakenkreuz aus Butter. Eine Kundin von McDonald's hat auf ihrem Burger ein Hakenkreuz aus Butter entdeckt. Zufällig ist das Symbol nicht aufs Brötchen gekommen, weshalb die Fast Food Kette Konsequenzen gezogen hat. Blast du nicht so ins Mikrofon. Sei froh, dass du mich überhaupt hörst. Na gut, na gut. Ja, also das ist in North Carolina passiert am Drive-In-Schalter. Und das hat mich doch irritiert. Also McDonald's sagt, dieses Art Verhalten tolerieren wir bei McDonald's nicht. Keine Ahnung, ob sie dann den entsprechenden Typen gefeuert haben. Die Meldung ist sehr nichtssagend. Aber es hat sich halt so mehrere Fragen gestellt. Ich war jetzt schon länger nicht mal bei McDonald's. Yay! Ich klopfe mir übrigens gerade auf die Schulter. Aber wer schon mal da war, in der Regel, außer er ist wirklich ganz frisch, heiß und sonst was, habe ich meistens schon Probleme, also hier ist jetzt ein Cheeseburger abgebildet, die auseinander zu bekommen, weil das schon so zusammengepappt ist. gerade mit dem Käse. Wenn es jetzt, warum die einen Cheeseburger abbilden, wenn es angeblich ein Hamburger war, ist auch schon merkwürdig. Aber dann frage ich mich, wie erkennst du denn mit der Butter drin? Also normalerweise ist da ja keine Butter drauf. Ich wollte schon sagen, ist da überhaupt Butter drin? Wusste ich ja gar nicht. Da ist doch eigentlich Fleisch, Ketchup, Senf, diese komischen Gurken und Zwiebeln. Und das war's. Aber auf dem Brötchen selbst ist ja nichts. Das wird nur irgendwie getoastet. Also machen die dann vorher, hat sich da extra jemand hingestellt und mit Mühe so mit Butter ein Hakenkreuz drauf geschmiert und dann muss das ja irgendwie auffällig sein, dass man das sieht, weil die Butter zieht ja normalerweise, wenn es Brötchen warm ist, zieht die ja ein und verschwindet da drin. Das klingt eher so, als hätte man das gebuttert, warum auch immer man die Dinger buttert, das warme Brötchen draufgepackt und dann ist es irgendwie so geschmolzen, dass es vielleicht wie ein Hakenkreuz aussieht. Aber das ist doch auch schon super unwahrscheinlich, weil in der Mitte des Brötchens ist doch der wärmste Teil, nämlich das Hack. Weißt du, der Hackfladen. Und das sollte eigentlich mittig weg. Das Fleischpatti. Hackfladen. Das müsste doch dann mittig wegschmelzen. Also ich weiß nicht, das klingt ein bisschen abenteuerlich. Da kann ich mir eher noch vorstellen, dass ein Jesusgesicht in den Toast gebrannt wird. Beim Toast. Ja. Was ja nichts mehr so Besonderes ist, was wir in der vorletzten Folge, glaube ich, ja besprochen hatten. Ja. Ja, also ich kapiere es auch nicht. Und vor allen Dingen, dann guckst du, du machst da ein Brötchen auf und denkst, oh, da ist hier ein Hakenkreuz. Und dann und dann ist da so ein Witz, glaubt jemand wirklich, dass das Lustiges sagte, Charlie Mattis, deren Großvater im Zweiten Weltkrieg im Pazifik gekämpft hatte. Hm. Das wussten sie natürlich und deshalb haben sie extra für sie das Hakenkreuz reingeschmiert. Also es klingt ein bisschen abenteuerlich und seit wann sind auf diesen Hamburger und Butter? Ich habe da keine Ahnung. Ich habe erst einmal eingegessen und das ist schon Jahre her. Aus Not. Nicht freiwillig. Aus Not. Da hat nichts anderes mehr aufgehabt. Klassenfahrt, es gab nichts. Naja. Hungern oder sowas Ekliges. Also sowas Ekliges. Tja. Ich bin ja auch so froh, dass ich da nicht mehr hingehe. Das sieht alles nicht lecker aus. Ich habe nach der Buchmesse auf der Rückfahrt schicken McNuggets gegessen zum ersten Mal. Das war so widerlich. Das war ja kein Fleisch. Das war irgendwie püriert, geklebt, paniert, frittiert. Ja, auch wenn man seinen Geschmack so ein bisschen umtrainiert hat und anders sich ernährt und dann das allein nur sieht. Also ich weiß nicht, aber ich habe da überhaupt keine Lust drauf, das zu essen. Ja, schön. Naja. Wie auch immer. Dann kriegst du auch kein Hakenkreuz serviert. Hast du Glück, Spritdi? Genau. Tja. Hat man unbedingt Glück, wenn man super schlau ist? Nicht unbedingt. Was würde Lucy dazu sagen? Wir haben beide einen Film gesehen. Ja. Und zwar das neue Meisterwerk von Luc Besson. Ich mag den ja. Das ist ja, keine Ahnung. Das war so einer der ersten Regisseure, die ich namentlich gekannt hatte. Ich fand das fünfte Element großartig und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Transporter-Reihe hat er auch gemacht. Aha. Unleashed. Taxi. Also er hat schon ein paar gute Filme so mitgemacht. Und jetzt halt auch Lucy mit Scarlett Johansson. Willst du oder soll ich erzählen, worum es geht? Also ich kann ja mal anfangen und du verbesserst mich. Du kennst dich ja mehr aus mit Filmen. Also Hauptperson des Films ist auch die Namensgeberin des Films. Lucy, gespielt von Scarlett Johansson. Spielt das gut, aber lockt einen natürlich auch in die Kinos, allein wegen des Namens, oder? Ja. Finde ich schon. Sie ist eine Touristin, Studentin. Ich finde, das wird nicht so ganz klar am Anfang. und es ist in Asien. Das scheint mir so ein bisschen wie so eine Backpackerin, die für eine Weile in Asien unterwegs ist wohl. Also sie sagt auf jeden Fall, sie hat Prüfungen in der nächsten Woche, also ist sie auch irgendwie noch Studentin oder was. Jedenfalls ist sie in Asien im Urlaub und denkt sich nichts Böses, als sie unvermittelt in Drogengeschäfte hineingerät. Sie wird unfreiwillig Transporteurin von einer neuartigen Droge, schön blau-kristallin in Päckchen. Es wird ihr einfach in den unteren Bauchraum einoperiert. Sie wacht auf, hat ihre blutige Wunde und ihr wird gesagt, okay, hier ist dein Flugticket, bring es ans Ziel. Die Kinder werden sich aber freuen über den Stoff. Ja. Und während sie noch gefangen gehalten wird, um auf den Flug zu warten, kommt der Wärter vorbei, denkt sich natürlich, oh Scarlet, kleines süßes Schnitzelchen, will sich an sie heranmachen. Sie wehrt sich und endet damit, dass der Typ sie zusammentritt. Und dabei bekommt sie auch Tritte in den Bauchraum und dabei öffnet sich eins der Drogenpäckchen. Und die Droge wird freigesetzt und verändert sie in gewisser Weise. Und von dem Moment an, Moment, ich muss mal husten, ich mache ja kurz auf. Von dem Moment an ist die Droge in ihrem Körper aktiv und was die Droge dann auslöst, ist eine Steigerung der Gehirnkapazität. Weil der Film geht von der Prämisse aus, dass wir nur einen ganz geringen Teil unsere Fähigkeiten im Gehirn nutzen. Und im Laufe des Films, nachdem diese Droge in ihrem Körper losgelöst wurde, steigert sich ihre Gehirnkapazität, was man auch immer so mit Prozenten angezeigt bekommt. Also jetzt bei 20, jetzt bei 30, 40 und so weiter. Genau. Und mit den steigenden Prozenten wird sie nicht nur schlauer, auf reiner Wissensebene kann sich an Dinge aus Frühstückkindheit erinnern, an die sie sich eigentlich nicht erinnern können sollte, sondern sie empfindet zum Beispiel auch gar keinen Schmerz mehr. Sie kann plötzlich Dinge per Telekinese, nennt man das so, ohne sie zu berühren, bewegen, ein paar Fieslinge aus dem Weg schleudern. Ja. Vielleicht sollten wir nicht mehr so viel weiter drauf eingehen, um nicht zu viel zu spoilern. Auf jeden Fall gibt es noch einen parallelen Handlungsstrang, wo morgen Freeman eine Rolle spielt, und zwar als Professor, der sich eben da wohl ganz großer Experte auf diesem Gebiet ist und die beiden schließen Kontakt und dann ist sie einmal dabei, quasi ihre Fähigkeiten zu erforschen mit Hilfe von Morgan Freeman und auf dem anderen Weg will sie Rache üben und an denen, die das quasi angetan haben. So ungefähr. Ja. So viel zur Story, oder? Ja. Und der Großteil spielt dann später nach Asien in Frankreich, wo sie dann auch noch so einen Polizisten als Zeitkrieg bekommt. Ja. Tja. Also ich fand's durchweg spannend, es war ein 99-minütiger Film, die Zeit ist ja immer ein wichtiger Faktor und ich war sehr zufrieden mit der Länge des Films. Man fühlt sich, oder ich persönlich, fühle mich sehr gut unterhalten von dem Film, aber irgendwie hat er mich auch mit einem fragenden Gefühl zurückgelassen, so dieses, aha, und das ist es jetzt, wenn man so 100% seines Films erreicht, was wollen die uns eigentlich sagen mit dem Film. Also es war irgendwie, okay, man kann als Mensch das ganze Wissen nicht vertragen, aber es war keine klare Botschaft für mich. Und das lässt mich irgendwie ein bisschen unbefriedigt zurück, obwohl der Film an sich wirklich spannend gemacht war und auch hübsch anzusehen. Und, ähm, du gibst mir 8 von 10 Bananen, ich bin da ziemlich nah bei dir, so mit, ich weiß nicht, 7, 7,5. Aber ich bin genauso verwirrt wie du. Also erstmal noch zu den Schauspielern, wie gesagt, Scarlett Johansson, Morgan Freeman sind mit Sicherheit die bekanntesten. Die anderen, also das ist eine schöne Mischung, also es gibt nämlich auch einige Leute, die man noch nicht so kennt. Zum Beispiel Min Sik Choi spielt den asiatischen Gangster-Drogenbaron, der ihr die Drogen einverleibt. Der sieht wirklich böse aus, der kriegt das gut hin. Ja, ähm, der sieht aber in echt auf der IMDB-Seite, sieht da sehr nett und freundlich aus. Überraschend, was sie da irgendwie so mit ein bisschen Haargel und seinem komischen Schnurrbart hinbekommen haben. Einfach drei Wochen kein Essen geben, da guckt jeder ein bisschen böse. Ja, aber den kennt man zum Beispiel nicht hier, also er scheint eher in Korea bekannter Typ zu sein. und Amre Weykt ist ein ägyptischer Schauspieler, der spielt den Polizisten. Ah, okay. Der scheint auch eher im europäischen Kino bei Heimata zu sein, aber es ist halt Luc Besson, der macht das ja meistens, dass er dann auch nicht nur US-Schauspieler da besetzt. Ähm, die Grundthematik, die finde ich super. Das gefällt mir, ne, mit dem Gehirn und den Fähigkeiten, die sie da hat und so weiter. Aber ich war danach verwirrt, weswegen ich dem, also, weil die Thematik mir gefällt und ich Scarlett Johansson mag und dann würde ich dem Film schon viele Punkte geben, so wie sieben, siebeneinhalb. Andererseits habe ich mir danach viele Fragen gestellt und eigentlich kann man dem Film nicht so viele Punkte geben, weil da sind so merkwürdige Sachen dabei. Also, allein die ganze Sache, sie bekommt die Drogen einverleibt, hatte niemand außer ihr diese Drogen genommen oder oder vielleicht nicht in der Menge. Ja, auf das Finale will ich ja gar nicht eingehen, aber halt schon andere Sachen vorher, das ist so merkwürdig. Also, ich verstehe auch den Verfolgungswahn von diesen Drogentypen nicht, die da so massiv hinterhergehen zwischenzeitlich in Frankreich auch mit der kleinen Privatarmee auflaufen. Ich weiß nicht, ob das das alles so wert ist. Also, ich bin da so ein bisschen auch zwischen den Handlungsfaden zwischen dem, was mit Morgan Freeman um diese Steigerung ihrer Fähigkeiten und dem anderen das Rache nehmen oder die Jagd der asiatischen Gangster auf sie. Das hat mich alles so ein bisschen verwirrt. Also, ich weiß nicht, da sind ein paar gute Ideen drin, aber es wirkt alles wie nicht so richtig fertig gedacht. Ja, ich weiß auch gerade. Der Schluss ist schon etwas abgedreht, muss man sagen, also ohne da was zu vertragen, erzählen, aber Lucy ist halt auch eine Anspielung auf die erste Frau quasi, wenn ich das so verstanden habe. Also, der Urzeitmensch, die erste, die erste weibliche Urzeitfrau, irgendwie sowas. Na, Lucy ist doch ein total bekanntes Skelett, benannt nach dem Beatles-Song Lucy in the Sky with Diamonds. Die wurde einfach entdeckt, als das gerade ein großer Hit war. Und das ist ein Australopithecus Aferensis auf jeden Fall. Und das ist der erste von diesen Australopithecus Aferensis, den man gefunden hat. Meinst du, das ist dann jetzt auch noch eine doppelte Anspielung? Na, die Lucy, die Scarlett Johansson spielt, heißt auf jeden Fall wegen des Skeletts so. Ja, aber das passt ja auch der Song. Weswegen die Urzeit-Lucy so heißt. Ja, das hat bestimmt gut gepasst. Also, gerade das Ende mit LSD könnte das noch abgedrehter sein. Ich habe keine Ahnung. Und das ist auch so bekannt, weil es einfach ziemlich vollständig ist. es ist nicht so viel da, aber letztendlich ist es noch eines der vollständigsten, das man da ausgebuddelt hat. Also, ich finde, man kann sich den Film anschauen, aber er ist so ein bisschen unkonventionell. Er lässt einen ja nicht verwirrt zurück, aber man fragt sich danach so Logiklöcher und so Sachen, wo man denkt, warum ist das da in dem Film passiert? Warum haben sie das gemacht? Warum? Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ein Film, der mit der Thematik auch spielt, wo ich halt als erstes direkt dran denken musste, ist Ohne Limit, im Original Limitless von Neil Berger mit Robert De Niro und Bradley Cooper von 2011. Den mag ich eigentlich auch ganz gern. Eigentlich noch eine Spur lieber. da geht's auch drum, dass Bradley Cooper so ein durch, ja, nicht erfolgreicher Autor irgendwann so Drogen zugesteckt werden und die steigern dann die Hirnkapazität und auf einmal schreibt er dann wie verrückt in einer Nacht alles mögliche, kann verschiedene Sprachen, kann in die Zukunft so ein bisschen sehen und lauter so Sachen. Da finde ich die Thematik ein bisschen besser umgesetzt. Das ist nicht ganz so abgedreht wie das mit jetzt mit Skalatür Hansen. Was ich mich auch frage, die Substanz, dieses CPH4, da wird ja gesagt, immer das kommt in der Frau vor, in der schwangeren Frau, sechste Woche und sorgt dafür, also ich habe es verstanden, dass sie die Knochen entwickeln, aber sechste Woche ist auch Gehirnentwicklung. Ich habe jetzt gegoogelt, also es ist ziemlich widersprüchlich, manche sagen, ja, it's totally real und manche haha, nee, vergiss es. Also ich glaube nicht, dass es eine echte Substanz ist, oder? Äh, da fragst sie jetzt mit Sicherheit den falschen, keine Ahnung. Weil diese ganzen Yahoo und gute Antwortfragen und so sind ungefähr sieben Tage alt, da kann man sich schon ausmalen, wann sie es gefragt haben, nämlich zum Filmstart. Ja, ja und auch eine andere Sache, das mit dieser Gehirnkapazität, das stimmt ja wohl auch nicht so ganz. Also wir hatten ja jetzt Das geht von der falschen Prämisse so ein bisschen aus. Du meinst, dass wir weniger nutzen? Also dass sie angeben, dass wir zu wenig nutzen? Ja. Wir hatten ja im letzten Semester Neurologie und da hat keiner, wirklich auch keiner nur mit einem Wort angesprochen, wir nutzen so und so viel Prozent des Gehirns. Wahrscheinlich steht einfach nicht so fest oder es gibt keine Aussage, auf die man sich geeinigt hat oder man kann es nicht feststehen. Ich weiß es nicht. Es ist immer nur so bunte Klatschzeitungen, die sagen, man nutzt nur so viel oder irgendwelche Filme. Das wirkt so ein bisschen wie so eine Urban Legend, die dann so die Runde macht und jeder glaubt das halt mittlerweile, aber ich meine nämlich gehört zu haben, dass dem gar nicht so ist, aber ich kenne mich da auch zu wenig aus und ich habe das auch ehrlich gesagt nicht recherchiert, aber ich würde das mal nicht so auf Anhebter glauben. Aber wie auch immer, der Film ist unterhaltsam, wenn man die Prämisse halt akzeptiert. Liebe Freunde von Huxilla, wie viel Prozent des Gehirns nutzen wir eigentlich? Mit freundlichen Grüßen, die Brullaffen. Danke. Okay, man kann sich's auch leicht machen, ja. Also der Film ist super unterhaltsam, Scarlett Johansson spielt es gut, ich finde in dem Film stand ihr braun echt besser, dieses gelb-blond ist nicht meins, aber okay. Ja, es macht Spaß es anzugucken, die Effekte sind schön, wissenschaftlich ist es irgendwie manchmal ein bisschen durcheinander mit dieser Droge und dass es so schnell so viel bewirkt und vielleicht in dieser Zeit, wo diese natürlich vorkommt, laut Film, die Substanz formt sich das Gehirn und dann verknüpft es sich bei ihr so schnell neu, ich weiß nicht, irgendwie hinkt es. Ja. Aber es ist schön anzusehen, man muss nur mit der Verwirrung danach klarkommen. Ich hatte übrigens durch zwei Sachen motiviert, weil du ja das letzte Mal einen Michael Bay Film gesehen hast und dann ich jetzt den Film mit Scarlett Johansson, hatte ich irgendwie Lust auf einen Michael Bay Film mit Scarlett Johansson und hab noch nebenbei The Island mal geguckt, den Film mag ich auch sehr gerne. Ist es das, wo sie alle in einer Kolonie gehalten werden und irgendwie Organspender oder so sind und dann fliehen? Als Ersatzteillager, genau. Den hab ich gesehen. Ja, ich mag den so. Der gefällt mir auch. Also ich will da jetzt nicht länger drüber reden. Ich will nur sagen, hab ich gesehen mit Ewan McGregor, das ist von 2005 und ich finde verhältnismäßig gut bis jetzt gealtert. Also ganz so absurd ist es nicht. Ah, der Film. Ich dachte jetzt an Ewan McGregor. Nee. Scarlett Johansson ist auch gut gealtert. Also ich hab da keinen großartigen Unterschied jetzt zu Lucy festgestellt. Nee. Ich hab nur ein Bild letztens von ihr in der Klatschzeitung gesehen, weiß ich nicht, was sie geschrieben hat. Hab ich gesehen, sie hat so ein Tattoo am Unterarm. Da denk ich mir, nein, wenn du schon so gut aussiehst, warum machst du dir dann noch so eine Scheiße? Aber ich glaub, das hab ich schon mal letzte Folge gesagt. Bin ich einfach nur noch nicht drüber hinweg, weißt du. Ja. Ja. Gut. So hellblau. Oh. Ja. Das war's dann mit Film. Was hast du vor dir als nächstes zu gucken? True Blood Staffel 7 Folge 5. Ja. Da bist du ja schon, ich glaub ein, nee, bist gar nicht weiter als ich. Ja, ich muss bis 6 kommen, dann bin ich weiter. Oder bis 7, dann bin ich weiter. Mit 6 bin ich gleich auch. Ja, find ich bis jetzt ganz spannend. keine Ahnung, das hat mich früher mal mehr gepackt, ehrlich gesagt. Das ist jetzt so ein Gewohnheitsgucken, weil man es fertig machen will. Ist jetzt nicht schlimm, wenn sie es einigermaßen vernünftig zu Ende bringen. Ja, ja. Finde ich, ist okay. Man muss es ja nicht erzwungen, noch länger rauszögern. Früher fand ich es besser, aber das ist ja mit den meisten Sachen so. Ja, gut, es gibt auch manchmal Serien, die haben zwischendrin so ein Durchhänger. Obwohl, bei, wie heißt denn das, mit dem Crystal Mess sagen sie auch alle, das wird am Anfang noch so langweilig sein, aber dann. Breaking Bad. Ja, da sagen doch alle, es wird total toll später. Das ist auch am Anfang schon nicht so schlecht. Das Problem ist nur, am Anfang ist man das noch nicht gewohnt. Ja, die Erzählweise und die Art, wie das läuft und wie der das erzählt, wenn er das dann später nochmal guckst, dann funktioniert es viel besser, weil du weißt, wie die Serie sich entwickelt. Aber das ist am Anfang nicht unbedingt schlecht und vor allen Dingen ist es halt faszinierend, wenn man sieht, wie der am Anfang schon geplant hat, was am Schluss passiert. Weil Szenen vom Anfang dann verwendet werden können und so weiter. Will ich jetzt nicht in Details drauf eingehen, aber da sieht man halt, der hat zumindest grob so ein Konstrukt gehabt für die komplette Serie und das ist schon ziemlich faszinierend. Okay. Jetzt aber genug mit Filmsachen, und sonstigen Sachen mit Fremdfahren, mit Uber hatten wir schon, jetzt machen wir Selbstfahren. Mit Auto. Ja. Genau. Und ich habe ein bisschen über das Autofahren nachgedacht, als ich am Freitag von der Geburtstagsfeier um zwei nach Hause gefahren bin, Landstraße Brandenburg, es war so stockdunkel, ich dachte, mir hüpft gleich irgendein Witt davor. Ich bin fast die komplette Strecke mit Fernlicht gefahren, unbekannte Strecke, nur das Handy sagt mir, wo es lang geht. Und ich hatte schon ein bisschen Schiss, aber nicht, weil ich nicht das Auto bedienen konnte, weil das geht inzwischen erstaunlich gut und automatisiert, sondern wegen der Strecke und alleine. Und auf der Autobahn nachts war es so gruselig, nichts vor dir, nichts hinter dir, vielleicht mal auf der Gegenseite mit dem Fernlicht, was man so ein bisschen scheinen sieht. Aber ich bin gut angekommen. Ja, und anlässlich dieser Gedanken wollte ich fragen, Spritdi, hast du denn einen Führerschein und wann hast du ihn gemacht und wie war das so? Ich habe einen Führerschein. Ich habe ihn gemacht am 8.3.99. Oh, du, da bin ich in die Grundschule gekommen. Mit einer, nee, ich glaube, ich habe den schon vorher gemacht. Da ist der, glaube ich, erst, da ist das finale Ding dann ausgestellt worden. Wie auch immer, auf jeden Fall, es war Winter, als ich meine Prüfung hatte, was sehr vorteilhaft war. Meine Prüfung hat nämlich nur, ich glaube, 20 Minuten oder so gedauert. Was? Ja, es war nämlich glatt und der Prüfer hatte dann keine Lust mehr und hat dann gesagt, ja, nee, komm, wir hören auf. Ist okay, kann man machen. Das heißt, ich musste, glaube ich, einparken, bin auf die Autobahn drauf und wieder runtergefahren und das war es praktisch schon wieder. Das war also keine, keine große Prüfung, womit ich kein Problem hatte. Daran kann ich mich noch erinnern, ansonsten nichts mehr. Ich weiß, dass ich die Theoretische ziemlich einfach war. Ich habe mich nur geärgert, die haben irgendwie danach die Prüfung umgestellt. Ich hatte noch die alte Prüfung, aber schon den neuen Führerschein. Das heißt, ich konnte keinen LKW mehr fahren und sowas. Wäre ich irgendwie einen Jahrgang früher gewesen, dann hätte ich noch den alten Führerschein, wo du ja noch einen kleinen LKW fahren kannst. Ja gut, wegen der Sache muss ich mich nicht mehr ärgern. Hätte ich das mal so zehn Jahre Frühjahr gemacht. Nee. Ach, ja doch, doch, zehn, kommt schon hin. Ja, ich habe meinen Führerschein bekommen, gestanden letztendlich herzlichen Glückwunsch. 11.1.2011, tolles Datum, oder? Ach so, ich habe gesagt, jetzt erst. Nein, ich habe den schon ein bisschen. Ich bin ja sogar schon raus aus der Probezeit, wuhu. Und das hat leider nicht im ersten Anlauf geklappt. Ich hatte im Dezember schon mal eine Prüfung, es war alles super, ich habe schön rückwärts eingeparkt, ich habe mir eine super Wendemöglichkeit gesucht, ich bin in der 30-Zone lang geschlichen, habe immer gebremst, dann habe ich schon geguckt auf die Uhr, 45 Minuten, sagen sie, dauert es. Ich habe gemerkt, wir waren bei Minute 40, der los ist mich jetzt zum Prüfungsparkplatz zurück, total aufgeregt, links abbiegen und was mache ich? Ich fahre bei Rot über die Ampel. Das ist so dumm, oder? So dumm. Ich hätte mich verißen können. Also ehrlich. Ja, ich bin bei Rot über die Ampel gefahren, alles andere wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber beim Linksabbiegen, es war schon ganz schön kompliziert bestimmt. Ja, das ist schon. Ja, dann habe ich die Prüfung nochmal gemacht und dann hat es geklappt, weil ich auch nur bei grünen Ampeln mich fortbewegt habe. Sehr vorbildlich. Hast du es auch beibehalten und da hast du nach der Prüfung gedacht, ach komm, egal, Rot geht auch noch. Immer Rot, immer Rot, nein, nein, nein. Ich habe ein kleines Trauma mit roten Ampeln und halte sehr vorbildlich. Okay? Der Führer, als dafür, dass ich normalerweise immer Prüfungsprobleme habe und Prüfungsankt und sowas, ist mir im Führerschein echt locker bei mir gegangen. Auch die Theorieprüfungen, die habe ich irgendwie locker bestanden. Ja, Theorieprüfungen sind immer einfacher, finde ich, als praktische. Aber die praktische auch, nur was ich mich, wo ich mich noch dran erinnere, also wie gesagt, ist bei mir jetzt schon ein Weilchen her. Wo dran ich mich noch erinnere, ich wusste, also ich habe damals nie dran gedacht, den Blinker wohl auszumachen. Weswegen mein Fahrlehrer dann mit mir vereinbart hat, dass, wenn ihm das während der Prüfung ausfällt, er in irgendein Gespräch das Wort tickende Bombe einbaut. damit, wenn ich das höre, weiß, okay, ich muss mal blinken. meine Bombe tickt. Genau, ich muss den Blinker, die machen ja dann immer so ein Tickgeräusch, dann wieder zurückstellen. Und ich habe damals, also ich sitze mittlerweile quasi, also sehr bequem, also quasi auf der Rückbank. Also ich mache den Sitz sehr weit zurück und habe eine sehr bequeme Sitzhaltung im Auto. nur damals habe ich wohl irgendwie noch so Panik gehabt, also da habe ich quasi mit dem Kinn auf dem Lenkrad gewesen und ganz vorne, so weit vorne wie möglich, weil ich irgendwie noch nicht damit so klar kam, dass du das Auto halt nicht richtig überblickst. Und ich gedacht habe, je weiter ich vorne ich bin und oben ich bin, da sehe ich halt, wo vorne das Auto aufhört und das ist dann einfacher beim Einparken und so Sachen. Mein Fahrlehrer dann auch vor der Prüfung gemeint hat, so kannst du doch nicht sitzen, im Auto, das geht doch nicht. Nicht so, doch, das muss ich so machen. Danach habe ich es überraschend schnell aufgegeben. So ganz angespannt sitzen ist nicht toll, aber so ganz lümmelig ist auch nicht die Lösung, finde ich. Ich habe eine Freundin, die hat ADAC-Fahrsicherheitstraining gemacht und die meinte, das Erste, was sie gemacht haben, ist ihren Sitz erstmal hochgeklappt und ein bisschen nach vorne gezogen, weil wenn man so lümmelt, dann ist die Reaktionszeit schlechter und man ist nicht so konzentriert. Ich sitze sowieso immer ziemlich senkrecht und Hände am Lenkrad, weil ich einfach nicht oft fahre und mir dann immer ein bisschen Sorgen mache, dass was passieren kann und deshalb super aufmerksam sein möchte. Ja, also ich halte mich für einen ziemlich guten Fahrer. Fährst du oft? Ja, also im Moment jetzt nicht mehr so oft, aber früher schon halt allein schon täglich dann zur Arbeit und zurück und ich bin auch öfters zwischen Hamm und Mainz gependelt mit dem Auto, also auch Autobahnstrecke. Ja. Ich fahre nicht gerne, also vor allen Dingen lange Strecken nicht. Also es gibt ja Leute, die fahren gerne Autos, aber mir geht das auf die Nerven, so lange auf der Autobahn zu sein irgendwie. Mir hat das schon gereicht, von Mainz nach Hamm, wenn man schnell durchkommt, braucht man, sagen wir mal, zwischen zweieinhalb und drei Stunden und das ging mir schon auf die Nerven. Das war mir schon, das ist dann so langweilig. Ah, wenn man alleine ist. Ja, wenn man alleine ist, wenn man die Strecke immer wieder kennt und wenn ich dann überlege, ich müsste ständig so lange Strecken fahren. Und wenn du dir Musik reinmachst, irgendwie deine Autobahnmusik zum Mitsingen? Ne, da habe ich ja schon immer, aber trotzdem, das ist so, ne, ich weiß nicht. Mein absolutes Autobahnalbum ist übrigens System of a Down Mesmerize. Früher war es immer Knockator für die Autobahn, aber System of a Down hat sich durchgesetzt. Ich weiß nicht. Da kann ich alles mitsingen und kann die eigentlich Dauer hören. Andere nervt es, aber ich mag es. Ja, irgendwas, wo ich mitrummeln kann, ist nicht schlecht. Auf dem Lenkrad. Und wenn es so dunkel ist und du alleine bist, ist es auch ganz nett, finde ich. Ja. Ich fahre ungern, wenn es dunkel ist. Und wenn es dunkel und nass ist. Ich hasse Dunkelheit und unbekannte Strecken in Kombination. Ja, also ich bin nicht nachtblind, aber ich fahre da einfach ungern. Irgendwie gerade so, also ich meine, ich wohne ja in einer zivilisierten Gegend, aber wenn ich dann mal, aber wenn ich dann, mal ab und zu aufs Land rausgurke und dann Landstraße fahren und es ist nachts und dunkel und das fahre ich echt ungern. Ah, verstehe. Unbekannte Strecken nachts mag ich nicht. Und ich war jetzt auch schon mal beim Starkregen auf der Autobahn und es war auch nicht so super. alle super langsam gefahren. Ich dachte nur, Aquaplaning, Aquaplaning, ganz vorsichtig, nicht bremsen. War nicht so toll, aber irgendwie habe ich es überlebt und irgendwie ist es auch gut, dass man die Erfahrung gemacht hat. Was ich auch nicht so gerne mag, ist Fahren mit dem Navi, weil ich das Gefühl habe, ich muss immer gucken, was es mir zeigt. Aber es ist wahrscheinlich auch darin begründet, dass ich alleine nicht gerne unbekannte Strecken fahre. Aber auf unbekannten Strecken nimmst du dann das Navi und deshalb merke ich Fahren mit Navi nicht, wenn du weißt, was ich meine. Ja. 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 Ich finde ein Navi eigentlich praktisch. Ja, letztendlich bin ich schon sehr, sehr froh, es zu haben, weil in der Dunkelheit irgendwo hinfinden und bekannte Strecke, es ist schon schöner, wenn es heißt Turn left onto irgendwas. Ich habe früher, als ich Kind war und auch hinten sitzen musste und klein war und ab und zu mit meiner Mutter mal irgendwo hingefahren bin, so in die große, weiter Welt zu, keine Ahnung, ins Phantasialand nach Brühl oder zu Ikea oder sonst sowas. Und dann war ich immer so voll fasziniert, boah, meine Mutter kann die ganzen Autobahnen aus, wenn ich nicht weiß, immer wie sie fahren muss. Wenn ich groß bin, dann kriege ich das wahrscheinlich nie hin. Später habe ich schon festgestellt, es doch einfacher zu denken, aber manchmal finde ich doch Navi sehr praktisch. gerade wenn man in einer Stadt ist, wo man sich nicht auskennt oder so, wenn man schon rechtzeitig weiß, auf welche Spur du dich einordnen musst, weil manchmal hast du das ja, bist du irgendwo auf der rechten Spur und musst auf einmal nach ganz links und kommst deinem Leben nicht mehr hin und dann ist totales Chaos und dann musst du wieder irgendwo anhalten, gucken, wie komme ich jetzt wieder dahin zurück oder sonst sowas. Das ist dann mit dem Navi doch ein bisschen einfacher. Oh ja, also fahren in der Stadt, da habe ich auch immer ein bisschen Schiss vor. Berlin und dann diese Vielspurringen und dann parken die und dann rennen die Menschen über die Straße und dann kennt man die gegen dich. Ah, das mache ich ungern. Also das Weiteste war irgendwie mal so Hohenschönhausen, Marzahn, aber das ist noch nicht so richtig Berlin, Berlin. Ich war ja nicht oft in Berlin mit dem Auto, aber wenn ich da war, ist das auch schon alles etwas anstrengend, herausfordernd gewesen. Also weil ich es halt dann auch nicht kenne. Ich meine, wenn ich da arbeiten würde oder wohnen würde und da ständig mit dem Auto rumgucken würde, dann kennst du ja auch so grob deine Wege und sowas. Aber ich kannte Berlin vorher halt ausschließlich durch S- und U-Bahnen und dann mit dem Auto das erste Mal da war ich ja etwas überfordert. Ja, du hast ja erzählt von deiner Kindheitserinnerung mit dem Auto und deine Mutter kennt alle Autobahnen. Meine Kindheitsautoerinnerung ist, meine Eltern bringen meine Schwester zur Kita. Ich bin schon in der Grundschule und sitze noch im Auto und warte, dass sie das Schwesterchen wegbringen. Und ich hatte immer so eine Angst, den Schaltknüttel zu berühren, weil ich dachte, wenn man den berührt, das habe ich ja regelmäßig gesehen, dann fährt es los und dann kann ich es nicht anhalten. Und wenn ich das Ding berühre, dann fährt es und fährt es und ich sehe meine Eltern nie wieder. Also saß ich hinten und hatte total Angst, den anzufassen. Aber irgendwie wollte ich auch, weil ich ja auch mal alleine fahren wollte. Das war so ein innerer Kampf. Oh, interessant. Einfach. Nein. Was meine Fähigkeiten Auto zu fahren entgegengekommen ist, waren, glaube ich, die Autos meiner Eltern. Weil ich hatte am Anfang kein eigenes Auto und es hat gedauert, bis keine Ahnung, bis wann, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich mein erstes eigenes Auto hatte. Und dann bin ich halt immer die Autos von meinen Eltern gefahren und die hatten einmal Passat-Kombi, was ja schon ein relativ großes Auto ist. Vor allen Dingen, wenn du vorher, also ich habe auf dem Golf meinen Führerschein gemacht, normalen Golf. Und dann ein Auto, ein Scorpio, Ford Scorpio, den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Das war halt ein Riesenschiff. Und das war, oder war das ein Schiff, also wirklich sehr unübersichtlich und groß und breit. Und wenn du das halt fahren kannst, dann bist du so auf alles vorbereitet. Das war quasi die Black Pearl unter den Autos. Ja, so ein bisschen. Also die Vorgängerversion war so, dass die hinten und vorne, ich glaube hinten, an den Ecken so Antennen quasi ausgefahren hat, wenn du rückwärts gefahren bist, dass du diese Antennen im Rückspiegel gesehen hast und wusste es, wo das Auto auffällt. Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Der hat das nicht gehabt, aber das gab es immer. Und ja, so ein Schiff war das dann halt. Dementsprechend haben wir, das war dann mein erstes eigenes Auto, das war dann ein Ford K. Ah, ja. So ein Rennei. Also die alte Version natürlich. Ja, Sprit, bei dir ist alles alte Version. Ja, mittlerweile haben die ja so Design-Update gemacht. Aha. Mein zweites Auto war dann auch ein Ford K. Mit Update? Nein, nein. Wie der erste. Der erste war in lila, der zweite war in türkis. Den ersten... Also hast du aber Frauenautos, scharfe Teile. Ja. Konntest du damit besser die Frauen abschleppen? So, oh, ich habe dieses Auto passt super zu deinem Röckchen. maximal eine Frau. Ansonsten wäre es ein bisschen eng geworden im Auto. So, Bettina, du kommst in den Kofferraum. Ach nee, der ist zu klein. Sorry. Obwohl der Kofferraum, wenn man die Rückbank umgelegt hat, war erstaunlich groß. Aber, ich weiß nicht, das war das optimale Auto, um halt anzufangen. Zumal ich am Anfang halt höchstens in Mainz halt unterwegs war oder kurz Autobahnstrecken beziehungsweise dann nach bis Frankfurt gefahren bin und es ging. Das Auto konnte halt maximal 150 fahren, weil 150 hat schon gewackelt. Also da haben dann schon die Scheiben so hin und her und das war schon nicht mehr, also bis besser ein bisschen langsamer gefahren. Aber viel schneller konnten wir ja auch nicht fahren und mussten wir ja auch nicht. Und von daher war das ein gutes Auto. Sehr geringer Verbrauch. war schon gut, um für mich da rumzukommen. War halt nicht so ein schönes Auto, um irgendwo vorzufahren und mit anzugeben, aber Gott. Aber wenn es türkis ist oder lila, hallöchen. Und dann haben halt meine Eltern ein neues Auto gekauft und da war das gerade mit dieser Abschrottprämie oder wie hieß die? Abwrack. Abwrackprämie. Abwrack. Und da wurde dann halt mein schöner Ford Ka geopfert. Hm. Und dann habe ich mir wieder einen gebrauchten Ford Ka gekauft in Tückis. Mit Klimaanlage, die aber nicht funktioniert hat. Also Deko-Klimaanlage. Hm. Ja. Ach, das war ein nettes Auto. Gerade für Fahrerempfänger. Und noch eine Frage. Was war denn die weiteste Strecke, die du gefahren bist? Ich weiß es nicht. Also ich bin von, ich bin Mainz-Berlin gefahren. Ich bin Mainz nach Texel gefahren, also ans Eiselmeer. Ähm. Ich schätze mal. Ich bin auch mal Mainz-Bordeaux gefahren, aber da bin ich nicht der einzige Fahrer gewesen, da haben wir uns abgewechselt. Bordeaux irgendwas in Frankreich? Ja, Südwesten Frankreich, so Richtung Spanien. Aha. Aha. Ähm. Also allein die längste Strecke müsste wohl Mainz-Berlin gewesen sein. Keine Ahnung, wie viel es ist, so 500, 600 Kilometer, schätze ich mal. Also so viel habe ich am Stück noch nicht zurückgelegt. Ich glaube mein weitestes war von Stralsund zurück nach Berlin. Also auch nicht so super weit, aber zweieinhalb Stunden oder so, weil wir Mädchen so langsam getuckert sind. Hallo, zwei Fahranfängerinnen, allein unterwegs, im großen Auto von der Mutti, naja, da fahren wir lieber langsamer. Ja. Äh, weil du vorhin das mit Musik angesprochen hast, ist sehr schön, ich bin letztens, äh, Werbung für irgendein Auto, ich glaube Seat, Seat irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall konnte man dann auf einer Internetseite sein Jahr eingeben, wann man seinen Führerschein gemacht hat und hat dann Playlists erstellt bekommen und ich habe das für mich gemacht. Also bekommst du dann eine mit, äh, Hip-Hop, eine Dance, eine Rock und eine Pop. Das ist schon sehr schön. Das ist zum Beispiel, bei mir bei Hip-Hop ist dann Wild Wild West von Will Smith oder, äh, Tupac war damals noch oder die Fantastischen Vier mit Les Mou. Und, ähm, lauter so gut, also ich habe es noch nicht gehört, aber ich habe mir die mal alle erstellt für, ähm, Spotify. Und das ist sehr lustig, so eine Zeitreise. Das erste Mal eigenes Auto, wo man dann Auto fahren konnte. Ja. Bei dir ist das ja jetzt nicht so lange her. Das dürfte wahrscheinlich die letzte Bravo-Hits reichen, oder? Hallo, Sprit-i? Bravo-Hits? Ich habe keine Ahnung, gibt es Bravo-Hits noch? Gibt es Kuschelrock noch? Ach ja, immer diese Kuschelrock, da war auch immer im Fernsehen. Kaufen Sie jetzt Stimp-Fünfer-Set. Kuschelrock. Wenn Sie jetzt sofort bestellen, bekommen Sie eine Unterschrift, äh, Version. Gratis. Limitiertes Kuschelrock-Poster. Bestellen Sie jetzt. Nur noch 28 Sets. Rufen Sie jetzt an. Und im Hintergrund siehst du dann so Sepia gefärbt. So ein Bild, wo ein Pärchen in der Decke eingehüllt, sich irgendwo am Strand regelt oder so. Ja, ja, ja. Ein etwas Unschärfe-Filter drauf und so. Naja, man könnte ja noch was sehen. Von wem die Decke ist. Naja. Nee. Also ich habe jetzt nicht so Zusammenstellung, sondern eher Alben. Ich mag gern Alben. Und mein Auto-Album ist eigentlich immer Messmerise von System of a Down. Hoch und runter und hoch und runter. Ich mag das einfach total gerne. Vielleicht wird es mir irgendwann mal langweilig, aber aktuell ist es genau das. Und das ist es schon seit Ostern. Ich habe jetzt meinen alten iPod mit den was weiß ich, also den iPod Classic, wo da über 100 Gigabyte draufpassen angeschlossen und da fast mal eine komplette Musiksammlung drauf gemacht. Das heißt, ich habe jetzt alles, was ich will, wenn ich will. Ja, und dann kannst du dich nicht entscheiden oder du kannst allein so schnell nicht einstellen. Ich kenne das. Ja, das stimmt. Ich fahre halt im Moment nicht so lange Strecken. Ja, ich auch nicht. Und ansonsten Radio 1 geht immer. Oh ja. Radio 1 habe ich in Berlin auch immer gehört. Aber gut, da bin ich auch nicht mit dem Auto gefahren. Aber immer, wenn ich Radio gehört habe auf der Arbeit oder im Bad oder sonst wo, war es Radio 1. Sehr sympathisch. Auch ein Radio 1 Hörer. Sehr sympathisch. Abwechslend mit Inforadio oder sowas. Auf jeden Fall dieser Radiosender in Berlin, der alle Viertelstunden Nachrichten macht. Das finde ich ein bisschen nervig. Aber das habe ich schon öfters erwähnt. Das mache ich, wenn ich längere Strecken fahre, gucke ich auch mal, ob ich irgendwo Deutschlandfunk oder Deutschlandradio oder diese HR-Info, WDR-Info oder sowas bekommen. Also diese, wo geredet wird. Damit du dich nicht so alleine fühlst. Manchmal hört man da interessante Sachen, die ich sonst halt nicht hören würde. Ich mag das aber auch, wenn ich aufräume, irgendwelche YouTube-Typen anzuschalten, die dann irgendwas erzählen, ist mir eine Schnuppe. Und wie sie ihre Katzen aufziehen, irgendwas. Ich räume dann einfach dazu auf. So ist es in Korea zu leben. Meinetwegen, erzählt mir mal. Ich räume jetzt auf. Nö, ich finde das auch, gerade beim längeren Autofahren, wenn ich halt keine Lust auf Musik habe, finde ich das so nette Unterhaltung, weil sonst würde ich das ja nie machen. Aber so kannst du es halt laufen lassen und dir irgendwas erzählen lassen oder irgend so. Ich habe nämlich da auch festgestellt, dass so Diskussionsrunden im Radio viel spannender und interessanter sind als so Fernsehrunden. Fernsehrunden als so. Deshalb sind doch Podcasts so toll. Ja, die reichen natürlich auch gerade so auf längeren Schrecken, wenn sie mal anstehen. Ja, gut. Genug vom Autofahren, oder? Gibt es noch was? Ja, das Auto ist abgefahren. Next. Ihr könnt ja mal uns erzählen, was ihr so gerne hört, wenn ihr Auto fahrt. Radio, oder habt ihr ein spezielles Album, wie Apfelkern? Oder wie zum Beispiel Ahoa Mädchen, oder? Hast du das gesehen? Nee. Marshall hat ein Auto und da hat er eine Kassette drin, die er irgendwie mal als, kurz nachdem er das Auto bekommen hat, reingetan hat und die funktioniert, also es kann nichts anderes mehr spielen. Die Kassette geht nicht mehr raus und da geht nur noch ein Lied und das ist 500 Miles. Oh, das ist gut, das mag ich. Dann gibt es halt auch so Folgen mit einem Roadtrip quer durch Amerika, wo halt nur dieses Lied läuft. Aber da hast du doch Glück gehabt. Das ist ein nettes Mal. Ja, ich mag den Song auch sehr gerne. Also wie auch immer, gebt uns mal Feedback, was ihr so hört, ob ihr was hört oder ob ihr verrückte Auto-Stories habt. Wie, keine Ahnung, dass der euer Prüfer bei der Führerscheinprüfung in Panik aus dem Auto gerannt ist oder so und gesagt hat, hier, sie haben es bestanden, aber fahren, nehmen sie mich nie mehr mit. Kann ja auch geben. Ja. Gut. Ja. Was meinst du denn mit Sprachaufnahmen versenden statt tippen? Ist das jetzt ein Trend? Vermutlich, weil ich bekomme ja Trends nie mit und ich habe keine Ahnung, was du da meinst. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es ein Trend ist. Also ich habe letztens mitbekommen, vorm EDK stand ein junges Mädchen, redet ins Telefon, irgendwas mit ihrer Freundin und Nachmittagstreffen, bla bla, man kann es ja prima belauschen, schickt Sennen, plötzlich kommt aus dem Telefon eine andere Stimme und die antwortet auf das, was sie eben erzählt hat. Also ich nehme mal an, es ist die Freundin, wenn die wieder zurückgeantwortet hat. Ich habe mich schon gewundert, ist es nicht blöd, da hören doch alle mit, das nervt ja die ganzen Mitmenschen, was soll denn sein, wenn alle das machen? Dann kam ich nach Hause, meine Schwester macht exakt das auch. Ich wundere mich immer, wer redet denn darüber? Sie nimmt ihrer Freundin eine Sprachnachricht auf, redet also, bekommt eine Nachricht zurück, muss sie sich anhören. So nervig, so nervig. Warum haben die nicht einfach miteinander telefoniert? Ja, das ist wie Telefonieren, nur zeitversetzt. Ich weiß auch nicht. Also das finde ich ja unpraktisch, weil der Vorteil ja von SMS oder modernen Varianten wie WhatsApp, Tramer, keine Ahnung, was es da noch gibt. Tramer. Hangouts. So Zeug ist ja eigentlich, dass du das überall lesen kannst und halt auch, wenn du unterwegs bist oder sonst sowas und mir wird das ja auf die Nerven gehen, wenn ich da was abhören müsste und eine andere das mithören oder sonst irgendwie. Und dann kann man ja auch einfach telefonieren. Ja, ich weiß auch nicht, man kann irgendwie nicht telefonieren. Ich finde, telefonieren kostet ja auch, was uns aufnehmen nicht. Aber warum können sie dann sich nicht einfach ganz normal schreiben? Meine Schwester sagt, das dauert doch viel länger und ist total viel unpraktischer. Aber du musst dir ja auch die volle Zeit anhören, wenn jemand das erzählt und du kannst nicht nochmal schnell irgendwas nachlesen, sondern musst dir dann die ganze Sache anhören. Also ich weiß nicht. Ich finde es super nervig und verstehe es nicht und Also im Prinzip ist es ja so, als hättest du deinen eigenen Anrufbeantworter und du sprichst dann jeweils dem anderen da eine Nachricht drauf. So vom Grundprinzip her. Also ich habe keine Ahnung, ich habe noch niemand gesehen, wo das so passiert ist. Mir ist da auch noch nichts untergekommen, aber wie gesagt, das muss bei mir ja nichts heißen. Wann bist du das letzte Mal rausgegangen, Sprit? Nee, also ich habe noch niemand gesehen, der sowas gemacht hat. Ich nutze ja auch kein WhatsApp oder sowas mehr. Ich schreibe SMS nur noch mit meinen Eltern. Ja. Also ich fand das schrecklich, nervig. Ich würde es auch selbst nicht machen wollen. Es ist bestimmt ganz nett, die Stimme zu hören, so bei Fernbeziehungen, kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten, nein. Es müssen ja auch nicht alle mithören. Aber da telefonierst du ja auch. Also wie gesagt, also ich kapiere es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir könnten das mal weiter beobachten. Okay. Und unsere Hörer vielleicht auch, vielleicht ist denen ja sowas untergekommen. Und vielleicht nutzt das auch irgendjemand und kann sozusagen sagen, warum das so praktisch ist. Ich, ja, okay, du sparst Zeit, aber ich finde das trotzdem immer, das ist ein bisschen umständlich. Ich finde nicht, dass man Zeit spart, weil wenn man sich nochmal was anhören will, von wegen, wie war nochmal die Straße, in der wir uns treffen oder die Hausnummer, musst du dir die ganze Scheiße ja nochmal anhören. Und wenn die Aufnahme drei Minuten lang ist, dann musst du dir halt drei Minuten anhören. Außer du stoppst, nachdem du es bei eineinhalb Minuten deine Informationen gekriegt hast, aber trotzdem. Nee. Ja. Kommen wir vielleicht mal zum Ort der Woche. Der Ort der Woche ist ein Loch. Na super, wieder mal in der Versenkung verschwunden, das Ding. Ja, und zwar in Salt Lake County, südwestlich von Salt Lake City, Newton in den USA, in den O'quire Mountains. Du hast da was im Mund, Spritdi. Ja, ich weiß. Also es schreibt sich O-Q-U-I-R-R-H O'quire Mountains in diesen Bergen da, in Utah. Und zwar die Bingham Canyon Mine liegt da und ist das größte von Menschen geschaffene Loch. Ach, okay. Seit 1906 werden da, also das ist eine porphyrische Kupferlagerstätte. Was für eine Kupferlagerstätte? Ja, das ist porphyrisch. Porphyrisch. Ist das so ein Zeitabschnitt? Also es sind Kupferlagerstätten, die an tiefen Gesteine mit einem hohen bis intermediären Gehalt von Siliziumdioxid gebunden sind. Der Name der Lagerstätten ist hierbei leicht hier reführend, denn er bezieht sich auf das oftmals porphyrische Gefüge der magmatischen Wirtsgesteine, nicht auf das Gefüge der Kupfervererzung selbst. Äh, ja. Nicht wahr, genau. Sehr wahr, Sprit, sehr wahr. Und das, da, also im Prinzip geht es um Kupfer da irgendwie. Und, ähm, die haben da immer tiefer gegraben und das ist halt eine offene Mine, also das ist quasi ein Riesenloch mit so Rängen, ansteigenden Rängen und das sieht dann schon, wenn man Bilder davon sieht, sehr cool aus, weil im Hintergrund dann die Berge sind, manchmal sogar Schnee bedeckt und, äh, dann hast du da so riesige Löcher, befahrbare Löcher, wo die immer tiefer fahren. Ähm, und das Loch ist, äh, 0,97 Kilometer tief, also fast ein Kilometer tief. Vier Kilometer breit. Kann man sich gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ein Kilometer tief, in die Tiefe, vier Kilometer breit. Richtig tief heute das Thema. 770 Hektar groß. Ähm, ist auch seit den 60er Jahren schon ein National Historic Landmark. Ähm, nicht so überraschend gab es im letzten Jahr zum Beispiel größere, ähm, Erdrutsche da. Was, äh, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die dann noch weiter aktiv und das sieht schon sehr, äh, spektakulär aus, gerade wenn man auch Bilder sieht, noch aus den 40er Jahren oder so, wie das dann mittlerweile aussieht. Also, ähm, es gibt auch Satellitenbilder von, äh, vor dem Erdrutsch, nach dem Erdrutsch und sowas. Das, das ist schon alles ziemlich unheimlich, wie so Terrassenformartig das immer dafür geht. Ähm, ähnlich beeindruckend ist übrigens die Mir Mine, alias, äh, Kim, Kimberlitovaya Almasnaya Trubkamir. Du sprichst den Rätseln. Ne, ich spreche Russisch, beziehungsweise ich tu so, als ob. Ja. Ähm, die hat nämlich in der englischen Wikipedia ein sehr, sehr geiles Bild von so einem Loch, das wie so ein Krater einfach runtergeht. Äh, die liegt in Jakutia, das ist im asiatischen Teil von Russland, so ziemlich irgendwie in der Mitte, also in Sibirien. Ähm, die ist mittlerweile geschlossen, die wurde 2011 geschlossen, die ist die zweitgrößte, die ist immerhin 525 Meter tief, also einen halben Kilometer. Ähm, und 1200 Meter Durchmesser. Ist auf jeden Fall das zweitgrößte, äh, Loch, von Menschen geschaffenen Loch nach dem Bingham Canyon Mine. Und, äh, dort gibt's Diamanten, oder da gab's Diamanten, was natürlich spannender ist als Kupfer, finde ich. Aber Ort der Woche musste ich halt die in Sorgleek nehmen, weil, äh, er ist halt größer. Okay, äh, noch eine Sache zu den Telefonaten, die, keine sind, sondern immer nur zeitversetzte Aufnahmen. Kotason schreibt, seine kleine Schwester, oder ihre, äh, kleine Schwester 17 macht das auch für jeden Mist und es ist schrecklich. Kann ich nur so bestätigen. Meine ist 16, aber die macht das auch für jeden Mist. Ja, also, wir beobachten, das ist kein Einzelphänomen. Es scheint dann wohl wirklich ein Trend der Jugendlichen zu sein. Obwohl ich mir jetzt gerade denke, das ist doch eigentlich unpraktisch, weil, du machst das ja dann auch in der Schule und da müsstest du ja eigentlich eher SMS schreiben, weil du willst ja ruhig sein. Du kannst dir ja nicht diese Voice-Nachrichten schicken und dann während dem Unterricht geht's ständig irgendwie die Voice-Nachricht los oder du, du kannst dir ja da nicht abhören. Das ist in der SMS doch eigentlich viel praktischer, also müsste doch so ein bisschen... So mit einem Unterricht, oh, ich sitze gerade im Bio, oh, die Alte, die Tose, die Lehrerin, ich geht gar nicht, was die da labert. Plötzlich steht sie neben dir. Ja, eben, deswegen müsst ihr gerade bei 16, 17-Jährigen doch irgendwie dann noch SMS-praktischer sein, weil man das noch geheim im Unterricht machen kann. Wenn du älter bist und auf Arbeit und vielleicht dein eigenes Büro hast oder sonst irgendwie, dann ist das ja schon nicht so störend, wenn du dann deine Voice-Nachricht hast. Aber naja. Ja. Als ob wir in dem Alter damals logisch gewesen wären. Ich hatte in dem Alter einfach gar kein Handy, so? Ich hatte, es hatte gerade angefangen, glaube ich, so. Ich hatte mit Ende 17 mein erstes Zwangsgeschenk. Ein richtig schrottiges Nokia. Ja gut, bei mir lag es halt daran, dass es vorher noch keine gab. Ach, du Alter. Da hat es ja wirklich gerade erst angefangen mit dem alten Nokia-Knochen noch. Fünf, irgendwas und so. Ich glaube, da war ich so 16, 17, als das angefangen hat, dass die ersten Handys hatten. Ja. Was es früher auch noch nicht so viel gab oder nicht so verbreitet, Ebola. Man hört es ja jetzt aktuell immer wieder in den Nachrichten, Westafrika, Ausbruch, weiß ich nicht, 27. Juli, 909 Infektionen gemeldet, 485 Tote bekannt. Also ich finde, das ist ganz schön krass. Am Anfang war es so, ja, ein bisschen kriegen sie schon unter Kontrolle, aber so langsam. macht es mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Vor allem, weil die tödlich verlaufenden Fälle ja so viele sind, prozentual. Also Wikipedia sagt, 50 bis 90 Prozent der Infizierten sterben daran. Was sagen wir hier? Bei Spektrum steht 56 Prozent der Fälle verlaufen tödlich. Das ist ja trotzdem immer noch ziemlich viel, wenn man mal so überlegt. ja, also ich habe den Artikel ja nur überflogen, der im Spektrum war, aber der hat das ja alles so ein bisschen relativiert, dass man nicht so totale Panik schieben soll. Als Disclaimer vorneweg, wir haben keine Ahnung, von was wir reden, aber das wisst ihr im Prinzip schon eh. Also wir sind keine Experten, was das angeht, aber ich bin mir noch unsicher. Ich glaube, da wird etwas viel Panik wahrscheinlich gemacht. Ich habe das gerade so mitverfolgt in Daily Show und sowas, wo gerade in US-Medien unheimlich Panik geschoben wurde, wo es gerade mal einen Fall in den USA gab. Also so wie ich das gelesen habe, ist das Risiko jetzt wohl erstmal hauptsächlich groß für die Nachbarländer in Afrika. Aber dass die meisten Nationen das eigentlich handeln könnten, diese Exportwelle, dass das sich nicht so verteilt. Ja, also ich denke auch nicht, dass wir jetzt absolut Panik schieben müssen und es werden sofort alle sterben. Das ist natürlich Quatsch. Aber trotzdem weiß ich nicht, es macht mir mehr Angst als mein wegen HIV. Da ist das ist nicht so infektiös und okay, meiner Bluttransfusion, wenn du es da machst, kannst du nichts machen, wenn du halt eine Verseuchte erwischst. Aber bevor du mit irgendjemandem schläfst, kennst du den normalerweise ja ein bisschen länger oder gehst mal mit den Blutspenden, um zu gucken, ob auch bei beiden alles gut geht. Er kann ja natürlich immer noch beheimlichen, dass er eine Mail kriegt. Wenn du ihn nicht kennst, kannst du ja vorsichtig sein. Kannst du immer noch Kondome benutzen, genau. Und ich weiß nicht, also da habe ich nicht so eine Angst, dass wenn da jemand rumläuft und das hat, das bekommt. Außerdem verläuft das ja einfach nicht so tödlich. Anders ist es so mit Tuberkulose. Man hat es, man stirbt jetzt nicht direkt dran. Man hat einfach chronisch dann diese Herde in der Lunge und weiß ich wo und hustet ein bisschen rum, wenn es mal wieder vorbricht, aber es ist auch nicht so tödlich. Und bei Ebola heißt es immer zwei bis 21 Tage Inkubationszeit, dann starkes Fieber, Nierenversagen, Leberversagen, Ödeme, naja, nach Leberversagen und Nierenversagen und Albumin, also Eiweißverlust, kein Wunder. Dann Einblutung überall im Körper, blutiger Stuhl, blutiger Urin, Blutverlust, Kreislaufversagen. Also das macht mir viel mehr Angst, weil es viel fulminanter läuft und weil es einfach ansteckender ist. Hier auf Spektrum steht, Ansteckung läuft über kontaminierte Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin, Speichel, Sperma, Stuhl oder Gegenstände, die mit diesen Flüssigkeiten kontaminiert sind. Also Schmierinfektion. Genau. Und das muss dann auf die Schleimhäute oder stellen verletzte Haut. Das heißt ja, wenn mir jemand damit in die Augen spuckt, bricht, blutet, keine Ahnung, reicht das ja schon. Kommt natürlich darauf an, wie groß die Viruslast sein muss, dass es klappt. Das ist ja auch unterschiedlich, aber das macht mir schon ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Bei dem Film- und Serien-Nerd in mir geht da natürlich auch so ein bisschen die Fantasie durch, dass ich mir denke, irgendwann muss das ja mal passieren, dass irgendein Virus kommt, der die ganze Menschheit erinnert oder den Großteil. Wie in diesen Zombie-Filmen wie 23 Days Later oder 20 Weeks Later, keine Ahnung, wie du das hieß, wo es ja auch ein Virus gab und deswegen auf einmal die Menschen was hatten. Oder jetzt gerade eine Fernsehserie, The Last Ship, wo ein Schiff der US-Nerd in der Arktis ist, für ein paar Wochen keinen Funkkontakt hat, also absichtlich, weil sie ein Manöver durchführen. Auf einmal kommen sie zurück und die ganze Welt ist zum Großteil ausgestorben, weil ein Virus um sich greift und sie sind dann dementsprechend das letzte Schiff, was übrigens auch nicht stimmt. Spoiler, Spoiler. Ja und da denke ich mir, weil bei so Serien und Filmen die ich gesehen habe, denke ich mir ja klar, irgendwann muss das doch kommen, dass irgend so ein Virus kommt, der sich umgreift, der nicht unter Kontrolle zu bringen ist, sich ausbreitet und es geht ruckzuck. Oder wie heißt dieses iOS-Spiel? Pandemic. Genau. Wo man selbst die ganze Welt dahin raffen kann. Ja, so ist es gefühlt. Der Start haben wir jetzt halt Westafrika genommen und dann mal gucken, wie schnell wir es wohin schiffen. Ja. Ja. Aber in Wirklichkeit sieht es ja anders aus. Also das Problem scheint ja unter anderem zu sein, also da wo es jetzt ausgebrochen ist, in Guinea, Sierra Leone, Liberia und so, dass das öffentliche Gesundheitssystem alles nicht so greift, wie es greifen könnte. Das heißt, im Prinzip müsste man die alle Infizierten identifizieren, isolieren und dann gucken, mit wem die in Kontakt waren und diese für 21 Tage, solange es nämlich die Inkubationszeit, in Quarantäne tun und dann sieht man, nach 21 Tagen ist was passiert oder ist nichts passiert. Im entsprechenden können sie wieder gehen oder sie sind halt infiziert. Und gewisse Sicherheitsvorkehrungen zur Infektionskontrolle und sowas. Aber es geht einfach nicht, weil die Einheimischen machen nicht mit. Ja, weil das da nicht so ausgebaut ist und so weiter. Die Gesundheitsbehörden da nicht so, es nicht so funktioniert. Die und wer da halt noch unterwegs ist, Ärzte ohne Grenzen und Roseskreuz, was weiß ich, die werden dem da halt nicht so ganz her und das ist vermutlich das Problem und weswegen das auch in den Nachbarregionen dann da weitergeht. Ich vermute mal jetzt, dass ich weiß nicht, in den USA oder in Deutschland das vermutlich besser gehandelt werden könnte. Besser organisiert ist und so. Weil das ja auch noch dazukommt, wenn ich das richtig gelesen habe, dass du noch niemand identifizieren infizieren kannst, solange bei dir noch keine Symptome sich zeigen. Also dann kannst du leichter die Kontakte nachverfolgen von denjenigen, der infiziert ist. Was ist denn nun? Ein Störsignal? Der Sender ist im Eimer, fürchte ich. Wie ist das möglich? Apparate von Menschen für Menschen gemacht, Robin. Niemand ist unfehlbar. Eine Lektion, die wir hinnehmen müssen. Ich habe die ganze Zeit schön weitererzählt. Ich auch erst mal. Einmal mit Profis, bitte sehr. Ja, irgendwie war das ganz merkwürdig. Ich hatte kein Internet für eine Weile. Keine Ahnung warum. Ich habe schön weitererzählt. Hat das der Live-Hörer gehört? Hottersohn? Uhu. Tja. Das ist jetzt gut. Aber jetzt geht's wieder. Ich habe keine Ahnung, was los war. Aber auf einmal war das ganze Internet weg. Spritdi, du sollst nicht immer wie so ein Bombenentschärfer an den Kabeln rumknapsen. Irgendwann geht das auch mal schief. Nein, ich habe ja gar nichts gemacht. Also wirklich nicht. Ich weiß nicht, was es war. Aber wie auch immer, jetzt geht's ja wieder. Das Blöde war ja so, hm, was soll ich jetzt machen? Wie soll ich mit dir in Kontakt treten? Dann habe ich erst so gedacht, okay, Facebook, ach nee, geht ja nicht. Ich habe kein Internet. Das, nee, geht ja nicht. Ich habe ja kein Internet. Schick mir ein paar Rauchzeichen. Ich hätte ja ein Jo schicken können, aber habe ich gedacht, das ist ja auch nicht sehr aussagekräftig. Das heißt, ich lebe noch. Ja. Naja. Jetzt bin ich wieder da, jetzt sind wir ein bisschen raus mit dem Ebo da. Also auf jeden Fall, mein Punkt war, glaube ich, so ein bisschen, dass ich denke, dass das hier bei uns jetzt wahrscheinlich anders laufen würde und dieses Notfallteam da im Moment einfach ein bisschen überfordert ist. Dazu kommt natürlich, dass das ja auch immerhin der größte je aufgezeichnete Ausbruch momentan ist. Ah. Ich weiß auch nicht, also. Also ich habe jetzt keine Panik, ich habe keine Angst, also dass ich denke, das kommt jetzt hierher. Also ich weiß nicht, es kann schon passieren, denke ich. Allein schon mit dem Flugverkehr, das hat uns ja Pandemic beigebracht, geht es ziemlich schnell. Ja. Aber ich denke, hier würde die Bevölkerung einfach zusammenarbeiten mit den medizinischen Versorgungseinheiten, das heißt nicht die Erkrankten verstecken, sondern sie auch isolieren lassen, wobei jetzt das Problem ja sein könnte, dass wir nicht genug Isolierstationen haben. Also auf der Wikipedia Seite stand irgendwie, in Hamburg gibt es eine Station, an der Charité gibt es eine Station in Berlin, aber sonst nicht so viele. Es ist ja glaube ich auch nicht, dass da unten die Leute nicht mit zusammenarbeiten wollten. Ich unterstelle da auch ein bisschen, das ist das mangelnde Bildungssystem, was, wo die ja auch nicht zwangsläufig was für können, dass deswegen so gewisse grundsätzliche Sachen, die wir uns halt, bei uns normal sind, dass da, keine Ahnung, ja, was wir einfach als Allgemeinwissen haben, da halt noch nichts so bekannt ist. Und das vermutlich auch so ein bisschen dazu beiträgt. Aber. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, man kann es irgendwie eindämmen. Es gibt ja auch schon jetzt Versuche, Medikamente gegen Ebola zu entwickeln, die Impfung. Bis dahin wird es noch lange sein. Aber es gibt ja Medikamente, die offiziell noch nicht zugelassen sind, aber trotzdem angewendet werden, weil man weiß sich einfach nicht anders zu helfen. Bis jetzt wird die Infektion einfach symptomatisch behandelt. Das heißt, wenn derjenige viel Flüssigkeit verliert durch die ganze Einblutung, bekommt er halt entweder eine Kochsalzlösung oder eine Bluttransfusion. Das bekämpft aber letztendlich ja nicht die Ursache, sondern macht es nur aktuell. Also es heißt symptomatisch ein bisschen besser. Und da hoffe ich, tut sich noch irgendwas. Ich denke auch jetzt, wo es so akut aufgetreten ist, wird auch besonders intensiv daran geforscht, eine Lösung dafür zu finden. Um die Panik halt jetzt auch nicht so weit zu schüren und da finde ich so Sachen immer ganz gut, ist halt auch aus dem Spektrumartikel. Also die Krankheit gibt es das erste Mal aufgeführt wurde 1976, was, sagen wir mal, knapp 40 Jahre jetzt her ist. Es gab seit in diesen 40 Jahren 19 Ausbrüche von Ebola mit mehr als 10 Opfern. Also quasi nichts. Ja. Insgesamt sind bis jetzt rund 2000 Menschen da dran gestorben. Es ist halt eigentlich keine... Davon jetzt allein 485 jetzt bei diesem jetzigen Ausbruch. Und wenn man dann sieht, dass Malaria am Tag 3200 Menschen tötet, Durchfallerkrankungen um die 4000... Das ist so schlimm, dass Durchfallerkrankungen noch eine Todesursache sind. Ja. Spricht einfach für total schlechte Versorgung. Hygienisch schlechte Wasserversorgung. Ja. Ernährungsstandards. Ja. Schlangen und andere giftige Tiere fordern jährlich rund 55.000 Menschen leben. Das sind 27 Mal mehr als insgesamt in allen 38 Jahren durch Ebola gestorben sind. Ja. Ebola ist ja auch anders als zum Beispiel Malaria keine Krankheit, die darauf ausgerichtet ist, den Menschen zu infizieren. Deshalb verläuft das ja auch so tödlich. Der Mensch ist eigentlich nicht der... wird für Ebola. Sondern es ist... Keine Ahnung. Man weiß es gar nicht so genau, oder? Es sind mal wir im Gespräch. Die Fledermolse, irgendwelche Primaten. Ja. Also auf jeden Fall will ich halt sagen, wartet noch ein bisschen mit dem Panikschieben. Ja, Panik hilft eh nicht. Aber trotzdem macht es mir ein bisschen Angst. Einfach weil man der Krankheit so hilflos gegenübersteht. Weil man nur symptomatisch behandeln kann. Noch keinen wirklichen Wirkstoffe hat, die genau gegen dieses Virus gerichtet sind. Meins... Ich kenne mich ja nicht so aus. Ich weiß, es dauert immer eine Weile, bis sowas entwickelt werden kann. Aber könnte es halt auch sein, dass es noch nicht so weit ist oder nicht so großartig unterstützt wird, weil das Ganze sehr gering ist und vor allen Dingen unsere westliche Welt nicht so bedroht. Ich meine, wenn Evo da was ist, ist das ja im Prinzip in Afrika. Das kann schon sein, aber ich glaube, jetzt angesichts der Situation, wo man das nicht mehr wirklich unter Kontrolle hat, zumindest empfinde ich es als etwas, was man nicht mehr unter Kontrolle hat, hat man doch schon mehr, weiß ich nicht, Antrieb, mehr Motivation, doch irgendwie was zu forschen, bevor es dann hier ist und man nicht mehr so viel Zeit hat. Ja. Naja. Also keine Panik, aber trotzdem irgendwie ein bisschen aufpassen schon, aber was willst du denn machen? Wenn du es hast, dann hast du es, dann kannst du nur noch aufpassen, dass du keine anderen infizierst. Am Arsch. Testament machen. Gefühlt ist es so. Ja. Ich weiß. Also das ist wirklich, ich habe da nicht so Panik, aber ich hatte auch keine Ahnung, keine Panik vor der, was ging hier so vor einer Weile durch, wo Unmengen an Impfstoff gehottet wurden? Schweinegrippe. Schweinegrippe. Hallo, ich hatte Schweinegrippe. Echt? Es war nicht schlimm. Ja, es war noch ganz am Anfang, als wir das nachgewiesen haben. Später haben sie gesagt, ja, es lohnt sich jetzt nicht mehr. ich glaube, ich war eine Woche völlig platt, lag im Bett, angesteckt von meiner Schwester, schönen Dank. Nicht wir Sprachnachricht, sondern wir live. Ja, lag im Bett, richtig schlecht gefühlt, hohes Fieber, keinen Appetit, die ganze Zeit geschlafen, aber ansonsten alles gut. Das war, also mein, was das bleibt für mich von der Schweinegrippe, ist eher so, Tamiflu ist nicht der beste Wirkstoff, weil, er zieht die Heilung nur um, weiß ich nicht, oder die Verbesserung der Symptome nur um ein paar Stunden vor, also nicht wirklich signifikant und hat total viele Nebenwirkungen. Das war irgendwie so mein Fazit aus der Schweinegrippe. Ja. Ja, auf jeden Fall weiß ich noch, dass sehr maßenhaft dieses Tamiflu und Impfzeug und sowas gekauft wurde und gebunkert wurde vom Staat. Ich habe auch kein Tamiflu genommen. Ich glaube, ich habe gar nichts genommen antiviral, sondern nur symptomatisch behandelt. Auch da diese Panik habe ich halt auch schon nicht so verstanden. Ja, aber das ist ja auch nichts, was so tödlich verläuft. Da sollen sie eher mal ihre Kinder wegen der Masern impfen, finde ich. Das ist einfach ein viel breiteres Problem als jetzt die Schweinegrippe. Äh, ja. Aber das ist ja ein anderes Thema, weil es kann ja als Spießfolge eine Enzephalitis, das heißt, eine Entzündung, äh, das könnte ja quasi auftreten. Das muss ja auch nicht sein, finde ich. Nö ja, Impfen hatten wir schon mal. Äh, genau. Und von den ganz blutigen Sachen, von den Sachen, die uns Angst machen, gibt es jetzt noch mal einen Sprung zu den süßen kleinen Knuddelfiechern am Schluss. Ja, damit man nicht so auf einem Down die Sendung beenden. Richtig, wir wollen unsere Hörer ja behalten. Wenn wir schon mit Bibelzitaten anfangen, müssen wir uns noch was Schönes für den Schluss ausdenken. Wir haben einen neuen kleinen Kater. Unsere alte Katze ist gestorben im Sommer, 19 Jahre, sehr senil, würde ich nochmal sagen. Ja, und jetzt haben wir einen ganz kleinen süßen Kater. Weiß, dunkle Flecken, unten diese Flecken, ja, da ist immer noch dieses Tigermuster drin, weißt du, dieses Wildkatzengetigerte Muster. Ich kann es schlecht beschreiben. Jedenfalls super niedlich. Vielleicht finde ich auch ein Bildchen für euch. Ich glaube, das wäre es ja. Anton heißt der Gute. Und der wuselt durch die Küche und spielt mit dem Wollknäuel und leckt am Zeh von jedem, der da steht. Ja. Also, ich habe ja nie den Hype. Ja, Spritzi, alles gut bei dir? Aber du hast ein Problem mit Anton, ja? Nee, ich habe einen Ohrwurm von Anton. Ja. Und unsere Hörer jetzt auch. Muhaha. Also, ich habe ja nie verstanden, warum wir auf Instagram immer ihre kleinen Katzen posten, weil, sind doch letztendlich alle gleich, nur das Muster ein bisschen anders. Aber die sind ja so süß. Und wie er dann seinen Napf begeistert ausschleckt und an dem Holzscheit herum die Krallen wetzt, den wir ihnen hingelegt haben. Ah, und wenn er sich so auf den Schoß setzt und schnurrt. Ah. Aber erste Verletzung gibt es auch schon. Ich saß auf dem Stuhl, habe dem Kuchen beim Backen zugeguckt und mit dem anderen Auge quasi Schuhblatt im Blick gehabt. Wollte er auf meinen Schoß springen und weil es ein bisschen hoch war, landete er nicht direkt auf den Schoß, sondern greifte sich erst mal mein Bein fest, um mich runter zu rutschen. Fand ich jetzt nicht so super. Naja. Ja. Ich habe ja kein besonderes Gefühl für Katzen. Warum? Keine Ahnung. Also erstmal, wir hatten geheim wenig Haustiere. Ich bin wenn... Spinnen, Ameisen, ab und zu malen, kleinen Frosch, der da über den Gartenteich hüppelt. Also in meiner Kindheit war das einzige ein Papagei. Der Papagei meiner Großeltern, der, wenn die in Urlaub waren, was damals sehr häufig war, bei uns dann zu Besuch war. Und uns jeden Morgen geweckt hat mit guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, ähm, der ist Jako. Das war so ein grauer Papagei, keine Ahnung mehr, wie die heißen. Gibt es jetzt auch ein Lied für Jako? Ne, kenne ich keins. Ja. Ähm, ja, aber Vögel sind ja so ein bisschen unnahbar, ne? Also, ich weiß nicht, so ähnlich wie Fische. Kannst halt zugucken, aber du kannst ja nichts mit denen machen. Also, wenn du einen Vogel aufmachst, dann fliegt er dir durch die Gegend weg. Kackt auf den Schrank. Und wenn du einen Fisch aus dem Wasser holst, dann hast du auch nicht so lange Freude dran. Schön gesagt. Also, mit Vögeln, seit du nicht von Knorkator, möchte ich einen Vogel, der sagt, Besuch kommt, wenn Besuch kommt. Das finde ich immer noch sehr großartig. Äh, ja. Ja. also prinzipiell, wenn, würde ich wahrscheinlich eher Hunde als Katzen. Okay. Aber Hunde sind mir auch zu, ach, Tiere sind halt so abhängig. Also, machen abhängig. Also, du musst dann überlegen, wer kümmert sich um die, kann nicht so lange weggehen und sonst so Sachen. Das, so ähnlich wie Kleinkinder. Sehr unpraktisch. Mit Katzen ist es immer noch besser als mit Hunden. Also, unsere Alte, die konnten wir auch während des Urlaubs einfach mal zwei, drei Wochen allein lassen. Dann kam der Opa mal vorbei, hat ihm ein bisschen Napf voll gemacht mit Futter und dann war gut. Ansonsten hat die sich, weiß ich, beim Nachbarn durchgefuttert. Irgendwie hat sie überlebt. Also, ist es dann durch die Wildnis gezogen und, ja, das war eine Draußenkatze. Die haben wir nicht drei Wochen drinnen gelassen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut gewesen. Nee. Und auch jetzt die kleinen Anton, der nicht aus Tirol kommt, lassen wir erst mal drinnen zur Eingewöhnung. Irgendwie so zwei Wochen haben sie uns alle empfohlen. Und dann wird er da rangeführt, dass er auch mal draußen ist. Und zwar eigentlich immer. Außer mal zum Kuscheln. ist halt ein Tier, finde ich. Ja. Ich hatte mal mongolische Wüstenrennmäuse, was ich ja, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner alten Folge erwähnt hatte. Ich weiß nur, dass du gern bei Mongolen isst. Von den Wüstenmäuse wusste ich noch nichts. Mongolische Wüstenrennmäuse. Ich glaube, insgesamt acht Stück oder so um den Dreh. Also nicht alle gleichzeitig. Ganz schön verfressen. Erst zwei Stück und dann nochmal vier und am Ende nochmal zwei. Das war halt auch, das war, ich meine, da kannst du halt Futter und Wasser da reintun, aber länger als ein paar Tage kannst du da auch nicht weg sein. Dann muss man die Käfige, beziehungsweise ich hatte nicht im Käfig, ich hatte im Aquarium. Ohne Wasser. Also es ist, äh, ähm, ja, ach, ich weiß nicht. Also ich war danach nicht mehr traurig, als er tot war und ich keine mehr hatte. Na super. Also sie sind natürlich gestorben, ich habe das nicht beschleunigt oder sonst irgendwie, aber, äh, ich hab dann auch gedacht, nee, sowas muss ich mir jetzt nicht nochmal anschaffen. War im Übrigen auch nicht meine Idee, war motiviert durch eine damalige Freundin. Also Beziehungen können auch wirklich einen schlechten Einfluss haben, huh? Ja, die Mäuse haben am Ende die Beziehung überlebt. Tja, so ist es manchmal. Tja, ähm, ansonsten, nee, ich weiß nicht. Ich würde mir, glaube ich, wenn ich jetzt in Rente wäre und irgendwo im Land wohnen würde, würde ich mir ein 100, schlafen, mit dem Hund spazieren gehen und so, wo man auch den rumlaufen könnte, aber, äh, ich bin halt, wie gesagt, kein Tiermensch. Ich glaube, das hängt halt auch viel damit zusammen, in was für einem Haushalt du aufgewachsen bist, ob deine Eltern dann halt irgendwie schon ein Tier hatten, ob du mit dem Tier aufgewachsen bist, ob du das dann gewohnt bist und das war bei mir einfach nicht der Fall. Ja, also ich glaube, es hängt immer noch vom Tier. So eine Katze ist schon viel selbstständiger als ein Hund und mal ab und zu zum Knuddeln ist schön und das ist auch ein bisschen, als hat man ein kleines Kind, da hast du recht. Ja, aber die frisst sich auch auf, wenn du tot bist. Was, die Katze frisst mich auch, wenn ich tot bin? Ja. Ein Hund trauert, aber die Katzen, die knabbert an mir rum. Die knabbert jetzt schon an mir rum. Die lauert also schon. Die hat es auf meine Füße abgesehen, falls du fragst. Ja. Nee, ich finde es schön. Die tappst so rum, man muss ihr zeigen, okay, nicht auf den Tisch und gleich wieder runterschieben. Ja. Connor könnte natürlich jetzt noch mehr damit beitragen, der ist ja wohl auch ein Katzenmensch. Ja, mit eigenen Katzen. Und also, also Knud war für Hunde und bei Markus weiß ich es nicht. Ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, war Markus so ein bisschen auf meiner Linie. Und mag keine Tiere, Mensch, außer gebraten. Ich habe nichts gegen Tiere, aber ich habe keine Lust, mich darum zu kümmern. Verstehe. Also, wie gesagt, aber ich habe auch einfach die Erfahrung nicht. Die reicht zum Screensaver-Fisch, der da einfach mal ein bisschen und her blubbert. Ich finde schon, ich gehe gerne in den Zoo und ich schaue auch gerne Babyfotos von irgendwelchen Tieren an. Es ist alles süß und so. Obwohl das mit Katzen wirklich ein bisschen überhand nimmt. Also, da finde ich nichts mehr so spektakulär oder süß, aber weil halt auch jedes zweite Bild im Internet von einer Katze ist. Katze, Brüste, Katze, Brüste, so ungefähr. Ja, genau. Das wollte ich jetzt nicht so sagen, dass die andere Hälfte irgendwelche Nacktbilder sind, aber ja, im Prinzip so ist es ja. Na gut. Ja. Aber ich werde nachreichen Bilder von einem kleinen, süßen Anton Fratzin. Was ich gerne gehabt hätte früher, was cool gewesen wäre, wären Flug-Eichhörnchen. Was? Ich glaube, aus Südamerika kommen die ursprünglich. Das sind so eine Art Eichhörnchen, aber die haben so eine Art Flughäute, also zwischen ihrem Vorderwärmchen und den Hinterwärmchen. Und dann können die, wenn die in den Bäumen sind, runterspringen und breiten ihre Arme aus und segeln dann so ein bisschen zu Boden. Ja. Ja. Das hätte ich cool gefunden. Da hätte ich auch dafür gesorgt, irgendwo zu wohnen, wo ich so ein, wie heißt das, Atrium oder irgend sowas gehabt hätte, wo die dann runterfliegen können. Willkommen in unserem Haus. Es gibt so einen Pfiff und die Eichhörnchen gerade springt von oben vorm Geländer und segelt dir zu Füßen. Ja, genau. Ach, das ist auch eigentlich ein schöner Gedanke. Ich finde, das ist super als Ausklang der Sendung. Ja. Finde ich auch. Diese etwas störanfällige Sendung. Es kann nur besser werden. Ja, indem wir jetzt aufhören. Kannst doch nicht gleich die Pointe verraten. Aber wir haben es ja hinbekommen mit allen Hindernissen. Es hat funktioniert. Hast du aufgenommen? Ja. Das ist nur eine sehr wichtige Frage. Ich muss jetzt später etwas arbeiten, weil ich zusammenschneiden muss. Viel Spaß. Danke. Danke. Wie gesagt, gebt uns Feedback zu Autofahren zum Beispiel oder zu euren Haustieren, wie ihr dazu steht. Und recherchiert bitte für uns was mit den Sprachaufnahmen, ob eure kleinen Geschwister das alle machen. Oh ja. Und danke an Cotason, es ist übrigens ein R, für das Live-Zuhören und das Zuhören als Sprit, die nicht da war. Alle anderen werden nie erfahren, was passiert ist. Na gut, wir haben hier noch mehr Live-Hörer, aber es war zumindest der Einzige, der auch im Chat war. Ja, okay. Der Einzige, den ich benennen kann. Ihr wisst es, alle anderen werden es nie erfahren. Ach ja. Ist ja auch jetzt so ungewohnt, dass wir so am Anfang der Woche sind. Tja. Tja, passiert. Na gut. Gut, dann bis demnächst. Habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüss.